Also mit die Tage wie das Jahr und im Augenblick haben wir ein zweites Double Feature auf DVD, auf das die Edition durchaus stolz sein kann. Schmiderer selbst hat einmal gesagt, er bemühe sich immer der Haltung seiner Protagonisten auch in gewisser Maße einer Haltung des Filmemachens zu entsprechen. Hier führt es wirklich auch zu einer Art und Weise von Naturbeschreibung und von Arbeit in der Naturbeschreibung, die eben keine pathetischen Heimatbilder entwickelt, aber vielleicht doch etwas abgibt wie ein Bild, wie man über Arbeit in dieser Heimat so etwas wie Identität wahren kann. Also mit einer Haltung der Haltung des Filmemachens zu entsprechen. Untertitelung des ZDF, 2020